Warum bist du kein Fußballer geworden? Leute, ich muss euch da jetzt echt mal was erzählen. Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich das nämlich auch so oft. Wieso bin ich kein Fußballprofi? Ich meine, ich bin schnell, ich hab Disziplin, ich hab die Balkondolle, ich hab das Dribbling. Ich weiß echt nicht, an was es liegen kann, wieso ich kein Fußballprofi bin. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, was es sein könnte und könnt es vielleicht mal in die Kommentare schreiben.